Normaler Planter ist schon, er hat das Problem und auch Drum Shotgun, die ist auch viel zu OP. Ich werde zu ausrasten, wegen der Scheißwaffe. Spielst du nie oder? Ich spiele selten. Ich habe 200er Ping, warum habe ich 200er Ping? Ich lag? Time oder so? Ah, ich time, okay. 200er Ping. Ja, ich auch. 240er Ping. Ich habe komplett High Ping, warum? Weil mir oben lag ein MP, aber da waren zwei, glaube ich. Ich habe 200er Ping. So unten drin, ne? Ah, da ist jetzt noch einer. Ich gehe einfach rein. Bro, die Bots glasern die jetzt einfach weg. Kriegst keine HP. Und auch im Cup nicht. Ja, das haben die geändert. Ja, im Cup auch nicht. Ja. Der ist Müll. Der ist richtig Müll. Der ist krass. Der wurde sogar stärker gemacht. Die Raketen fliegen jetzt schneller. Ja, geht aber immer noch viel zu lange. Ich muss dir auch noch nicht. Da hält man sich im Ziel. Das mache ich immer. Ja, stimmt. Können wir jetzt auch Waffen reinmachen und so eine Scheiße, ne? Ja, aber ich glaube, ein Cup ist das zählt nicht aktiv, oder? Wir try haben jetzt einfach richtig rein, oder? Ja, auf jeden. Top 20 mindestens. Top 20 ist Ziel. Alles unter Top 20 wäre enttäuschend, dass wir jetzt dafür kommen, dass wir... Überleg mal, wie ein Blazen... Ach, Scheiße. Schau mal. Spitline verfehlt, Digga. Digga, das ist ein Mäckler, Digga. Aber einfach Speedrun, um zu sterben, Digga. Aber Granaten gibt es, Digga. Ja, einfach nicht schütteln. Aber nicht schütteln. Aber nicht schütteln. Weil wir wirklich schütteln. Ah, nee. Man hätte schüttelt auch immer nur auf dem Zeppelin-Urgen gefühlt. Ja, ja. Das stimmt, ne? Das ist kein Ding, ne? Nee, das ist Zeppelin. Ja, ja, klar. Echt? Ja, schau mal. Und die ganze Rennen. Er hat nicht einmal laut, und ich einmal... Nee, nee, nee. Oder ist jetzt mal los. Aber so sage ich... Ja, falls es sich läuft, gesagt, ich muss mal wieder die Meta machen mit Daily Bugle und deinen Direkt-Kill-Corner auf Zeppelin und dann kannst du die ganze Karte rotieren. Das war wirklich big gewesen. Ja, wir sind sehr Speedway geändert und haben jede Runde halt... Ich hab versucht, jede Runde auszufüllen mit Reifen, Digga. Und Romana's Karte ist immer dieses Repair-Ding und wir die ganze Zeit nur rumgefahren. Ja, Peenstreifer sagt auch das geil, das mit Repairn. Ja, das ist richtig okay. V.a. gegen Squats, glaub ich, wenn es zwei lassen ist, ist das richtig okay. Aber Roma hat halt mehr Kills gemacht, Roma mit Zeppelin, dann kannst du halt... Ja, eben. Ihr hattet immer mehr Kills. Ja, was machst du? Ey, Adi dankt sie für 20 Euro, Bro. Kuss. Jungen, hey. Wie viel? Alles gut, ich hab auch mehr Tricks bei der Arbeit. Big. Und das Euro sind nur noch welche, man. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja, ja. Ich weiß nicht. Unter uns, unter uns. Ja, unter uns. Ich geh vorne in die... Jaja, die sind hier unter uns. Ich seh ihn. Wir haben das unter mir auf der Sippland. Ja, ist doch, ne? Ja, gut. Ja, gut. Ich geh rein. Oh mein Gott, 100er. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Granaten einfach OP. Oh, der andere ist weg. Okay. Und das ist ein Full-Team, ne? Warte mal. Ah, ich geh weg. Hinter uns kommt auch noch einer. Der ist vorne. Ja, ich bin vorne. Cool Vorlauf. Wow. Einen fehlten da noch ein Full-Team, ne? Die kommen jetzt direkt raus. Wo hab ich... Ey! Ja, ich dachte. Nein. Ja, die gehen... Der ist echt eingestiegen. Ich hab den. Dann Surana. Das sind 80. Der ganz anderer Crack. Wo snipet der eine, da? Ja, der andere. Ja, die gehen... Hä, was machen die Dinger? Die fahren in-storm. Nein, gar keinen Block. Das ist sowas. Hier paddelt einer. Dann nimmst du mal der Ballander dann, ne? Nö. Rack. Ich bin safe. Ich fahre mit dem Order rum. Wir machen da was für'n Skin. Das ist John Wick, Digga. John Wick, der echte. Hier links auch. Hier können wir ein Full-Team mit dem Auto fahren, ne? Hinter euch. Da ist einer, der echt. Naja, hier aber auch. Wir sind vier Leute. Stimmt, es gibt Tanks, ne? Aber nicht im Cup, nicht im Cup. So, okay, okay. Oh, von oben. Ich geh so rein hier. Ey, wo seid ihr denn schon? Anderes Team wieder. Einer. Weg. Digga. Mit Heavy-Snapper gibt's auch, Digga. Hast du heute auch im Cup, ne? Ja. Ist die im Cup drin? Aber er ist trotzdem nö. Hinter und vorne welche Out-of-Zone? Ja. Ja, Auto kommt jetzt. Aber oben auf dem Z-Berlin sind auch welche. Bro, was hast du mit denen gemacht, ey? Ich hab ihn nur bedingt, Digga. Ja. Oh, Junge, was machen die da oben? Die schimmeln da oben. Hier, nicht wo. Nee, nee. Das ist schön. Komm, ey, das ist, wenn ihr das Schild brauchen könnt. Ach, komm. Hier ist, äh, kannst du werten, ja? Oh mein Gott. Hat er auch kein Headset oder so? Da hat er auch ein Headset oder so? Da hat er auch ein Headset oder so? Ich lade hinter ihm. Ich lade hinter ihm. Ich lade hinter ihm. Er macht einmal nix. Das sind Bananen gewesen, Alter. Oh, Mick, Digga. Ich lade hinter ihm. Stark. Ja, mich hast nicht gekriegt. So, ich will schon mal den nächsten hier. Hau rein, Jungs. Ja, der macht das nur für'n Gleifer, schon. Ja, das Battle Pass. Ja, wirklich, der ist nicht was. Ja, das Battle Pass, das ist geil. Ja, das ist richtig OP, Digga. Ist das immer noch dieser... Ja, der in der Mitte. Ja, du kannst den Gegner gefühlt nicht hitten, dann. Ach. So richtig, das ist so richtig abfuck. Oh, da unten war einer. Da, 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 da. Oh, Gastina. Geil. Jetzt. Guck mal, der steht da wie auf dem Präsentiertel da unten. Ja. 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 Ja, die haben wir schon ab. Ja, der hat schon gar keinen Bock mehr. Ja, einer rängt schon weg von dem. Ja, Bert. Ja, das ist hinten das Schicken. Versteckt. Oh mein Gott, das ist aber scheiße. Ey, über uns. Oh Gott, hinter uns. Ich komm nicht runter. Oh, ja, hinter euch. Auf allem. Hinter euch, one. Ja, das... Da hat drei Leute das, ne? Ja, pass auf, das hat einen Schickenkopf hinter dem Stein, ne? Aus der... Ja, hier dann. Achso. Ding. Crack. Oh, er geht weg. Jetzt. Boah, ne erste Runde und 30 Kills wär dick, soll ich nicht ehrlich. Ja, Crade, oder? Wie viel haben wir? 26. Müssen wir jetzt alle noch killen. Ne, wir können ja keine Datingabung machen. Wir haben nur die vier. Und sieben nur drei. pollten die nach sie lehnen lassen. Geht hin, ja, die dann saved ah. Also bei mir ist auf jeden Fall einer noch irgendwo. Aber keine Ahnung wo der ist, ah der kommt jetzt irgendwo. Außer die Flucht mehr hinten. Wie heißt es, one da hinten? egal was macht der typ dann mann weg der shop gibt ja die ganze zeit manuel proteiner ja ein der ist bei mir hier auch doch es ist hoch